Wir feiern den 100. Geburtstag von Hedi Zuba, einer der großen naiven Malerinnen. Und als zentrales Einstiegswerk in dieser Ausstellung haben wir das Selbstporträt vor der St. Galler Kathedrale gewählt. Das Besonderste, was bei diesem Bild auffällt, ist, dass sich Hedi Zuba hier genauso groß wie die Kathedrale von St. Gallen darstellt. Schon für eine normal große Person wäre das unmöglich. Hinzu kommt aber, dass wir uns Hedi Zuba vorstellen müssen als eine kleinwüchsige Person. Sie hatte in ihrer Kindheit Rachitis gehabt, blieb deswegen kleinwüchsig, hatte ein Buckel und man nannte sie in ihrer Kindheit ein Krüppel. Hier in den Bildern wird sie nun ganz groß, als Künstlerin wird sie ganz groß und sie zeigt sich hier ganz selbstbewusst neben den Türmen der St. Galler Kathedrale stehend. Was auch noch auffällt, wenn wir uns ihren Gesichtsausdruck ansehen. Sie schaut fast böse abwehrend, sehr distanziert, sehr stolz auf uns, die Bildbetrachter und Bildbetrachterinnen herab. Sie hat einen rot angemalten Mund und man möchte schon fast sagen im Bildzentrum ihre Hand mit rot lackierten Nägeln. In ihrem Alltag hatte die Hedi Zuba niemals sich geschminkt. Das heißt, sie hat nie Lippenstift oder Nagellack benutzt. Was für dieses Bild auch noch sehr typisch ist, sind diese Nonnen, die hier in langen Reihen auf die Kathedrale zulaufen. Ein Bildmotiv, was immer wieder bei den Werken von Hedi Zuba Eingang findet. Ein Jahr lang konnte sie zur Schule gehen, dann schickte sie der Lehrer nach Hause, weil eben ein Krüppel, meinte er, sei nicht nötig zu unterrichten. Ein weiteres Jahr hat eine Nonne sie unterrichtet. Und das hat für sie so einen wichtigen Eindruck hinterlassen, dass sie immer wieder auch die Nonnen in ihren Bildern malt. Aber was auch typisch ist für Hedi Zuba, das Schwarz. Es gibt kaum eine Künstlerin, gerade in der Outsiderart, in der naiven Kunst, die so das Schwarz behandelt, wie hier die Zuba, wirklich als große schwarze Fläche. Sie hat ihr ein großes, langes, schwarzes Kleid an, aber auch diese Personenreihen der Nonnen erscheinen hier wie eine schwarze Farbfläche im Bild. Und das ist das Schwarz. Und das ist das Schwarz.